Was sehen wir Deutsches um uns herum? Heute erzählen wir Ihnen darum. Wenn Sie das alles erfahren wollen, in unsere Schule kommen Sie sollen. Im Korridor treffen Sie Offiziere. Dann kommen Kadetten in Ihren Monteur. Wir sehen als Soldaten aus. Die Uniform, Orden, Medaille, alles. Was ist noch da um uns herum? Losungen, Plakaten, Wozu, Warum? Landschaft, Lager, Platz, Maßstab, Kumpanie, Flanke, Marşire, Stab, Karte, Granate, Pistole, Schütze, Hospital, Felicer, Binde und Spritze. Ach, was ist Deutsches um uns herum? Habt ihr verstanden oder seid ihr dum?